Jeden Morgen, wenn ich aufwache und mir meinen Tee mache, mache ich auch den Computer an. Und dann schaue ich die Nachrichten. Die gucke ich an und schaue, was passiert ist, was es Neues gibt. Am Abend mache ich das nicht, weil ich mich nicht mehr aufwühlen will. Da will ich nur schöne Dinge lesen und hören. Aber am Morgen höre ich und lese ich Nachrichten. Ein Ritual. Aber darin liegt auch so viel Verführungskraft des Egos. Denn all diese Nachrichten haben immer nur eins in sich. Angst. Angst vor dem Virus. Angst vor Kriegen. Angst vor wirtschaftlicher Not. Angst vor Diktatur. Angst vor Veränderungen. Angst, dass die Impfung nicht kommt. Angst, dass der Lockdown ewig dauert. Alles immer wieder nur Angst. Und dann gibt es tausend Geschichten darum. Der hat gesagt, jenes sei so oder so. Dann haben wieder andere Leute irgendwelche schlimmen Dinge erlebt. Und das zieht einen immer mehr in die Angst und in den Ärger. Und ich will dieses Ritual jetzt aufbrechen. Ich werde schon mitbekommen, was ich mitbekommen muss. Was wichtig ist, um hier mein Leben zu leben. Aber ich muss nicht all diese Angstgeschichten. Jemand hat böse gesagt Angstpornos. Diese Angstgeschichten mir ständig anhören und ansehen. Denn das ist Futter fürs Ego. Es kommt aus dem Ego. Und es füttert das Ego. Und dann kann ich mich erinnern, dass der Kurs sagt, dass wir unseren Bruder nicht berechtigen sollen. Wenn ich meinen Bruder berechtige, bin ich im Ego. Das gilt auch, wenn ich das mit abwesenden Brüdern, wie Politikern zum Beispiel, mache. Aber man muss dabei unterscheiden die beiden Ebenen. Auf der Ebene der Form kann natürlich jemand etwas sagen, was nicht korrekt ist. Und ich kann ihn sanft korrigieren. Aber ich kann verstehen, dass hinter allem, was er sagt in seiner Form, die Wahrheit steht. Die Wahrheit des Heiligen Geistes. In ihm, hinter seiner Form, steht die Wahrheit, steht der Frieden, die Liebe, der Heilige Geist. Genauso wie bei mir. Und was immer ich sage und tue, ändert nichts daran. Und dasselbe gilt für meine Brüder, für die anderen Menschen. Egal was sie tun und sagen und mag es noch so falsch und schlecht erscheinen, hinter dem ist die Wahrheit. In Wahrheit sind sie alle immer unschuldig und liebenswert und liebevoll in ihrer Essenz. Und ich bin das auch. Aber damit ich es bei mir erkennen kann, muss ich es beim Anderen sehen. ich kann unmöglich mich selbst für liebenswert halten, wenn ich andere nicht für liebenswert halte. Und ich darf da keine Ausnahmen machen. wenn ich nur eine einzige Ausnahme mache und wer macht das nicht? Kann ich mich nicht wirklich wahrhaft für liebenswert halten? Dann bleibt die Schuld in meinem Geist tief verborgen. Ich mag sie vielleicht übertünchen können, überspielen, überdecken, verdrängen. Aber es wird hochkommen. Es wird immer wieder hochkommen. In Form von allen möglichen Ängsten und Groll und Ärger und Neid und Wut. Und Krankheit. Das ist Krankheit. Und also muss ich gerade jeden Morgen erst einmal in Frieden kommen oder mir den Frieden bewahren, indem ich im Tiefschlaf war. Dann wappne ich mich für den Tag und kann meinen Brüdern egal ob leibhaftig oder in den Nachrichten liebevoll begegnen. Wenn ich über ihre vermeintlichen Fehler hinweg schaue, und immer gewahr bleibe, dass sie in Wahrheit Gottes Sohn sind, genau wie ich. Schmerz schaue, schaue,